Arlberggebiet Das Arlberggebiet ist die Region am Arlbergpass im Westen Österreichs und gilt als eines der bedeutendsten Entstehungsgebiete des Albinen-Skisports. Das Gebiet hat einige der international bekanntesten Wintersportorte aufzuweisen. Regionenverwaltungstechnisch gehört die Region zu den beiden österreichischen Bundesländern Tirol, Ostteil, und Vorarlberg, Westteil. Nach der Topografie verteilt sich das Arlberggebiet auf die drei Gebirgsregionen Verwahl im Süden. Lechquellengebirge im Nordwesten und Lechtaler Alpen im Osten. Orte in der strengen Definition besteht das Arlberggebiet aus fünf Ortschaften. Lech am Arlberg, 1.444 Meter, Winter- und Sommer-Tourismus. St. Anton, 1.304 Meter, einer der renommiertesten Urlaubsorte in Westösterreich. St. Christoph am Arlberg, 1.793 Meter, einer der höchstgelegenen Alpenskiorte. Sörs, 1.716 Meter, renommierter Wintersportort. Stuben am Arlberg, 1.410 Meter, kleinster Ort in der Region. In der erweiterten Interpretation werden noch einige Orte in den anschließenden Tälern hinzugezählt. Im Klostertal. Langen am Arlberg, 1.217 Meter, mit der höchstgelegensten Schnellzugstation Europas. Klösterle, 1.073 Meter, im Stanzertal. St. Jakob am Arlberg, Ortsteil von St. Anton aber etwas ruhiger. Bettneu am Arlberg, 1.228 Meter. Weitere Ziele Naturschutzgebiet Gipslöcher bei Oberlech, Geotop mit über 1.000 Dolinen und bekannt für seine Artenvielfalt. Sprache Die Sprache im Arlberggebiet ist Deutsch. Mit der Bahn die Arlbergbahn ist eine der wichtigen Bahnlinien in Österreich. Sie führt von Bregens über Feldkirch, Bludens, St. Anton am Arlberg und Landeck bis Innsbruck und stellt so die Verbindung aus dem Bundesland vor Arlberg im Westen Österreichs zum Bundesland Tirol her. Von Innsbruck aus besteht der Anschluss über die Unterinnteilbahn und die Landesgrenze bei Kufstein nach Deutschland und über Rosenheim bis München, nach Süden besteht die Verbindung über den Brenner nach Italien. Infos bei der ÖBB Arlbergpass Der namensgebende Arlbergpass, 1793 Meter, ist der Übergang zwischen dem im Westen anschließend dem Klostertal im Bundesland vor Arlberg und dem östlich anschließend dem Stanzertal im Tiroler Oberland. Einen Berg mit dem Namen Arlberg gibt es in der Region nicht. Südlich von Klostertal und Stanzertal schließt das Verwallgebirge an. Eine erste Passstraße aus Klostertal und Stanzeral über den Arlberg wurde 1786 angelegt und 1822 bis 1825 ausgebaut. 1880 bis 1884 entstand die Arlbergbahn www.erlebnisbahn.at Arlberg mit dem 10,3 Kilometer langen Scheiteltunnel. Zwischen 1974 und 1978 wurde der 13. 972 Meter lange Arlbergstraßentunnel errichtet, der im Zuge der S16, Arlberg-Schnellstraße, die wintersichere Verbindung zwischen Vorarlberg und Tirol gewährleistet. Flexenpass Die Flexenpassstraße führt mit Abzweig von der Arlbergpassstraße von der Alperauts nahe dem Arlbergpass nach Norden und über den Flexenpass, 1773 Meter. Die anschließende Straße durch das obere Lechtal nach Lech und Zürs markiert hier die Grenze zwischen den Lechtaleralpen im Osten und dem Lechquellengebirge im Westen. Arlberger Klettersteig Der Arlberger Klettersteig ist ein albiner Klettersteig und gilt als anspruchsvoller Extremklassiker. Erbaut und betreut wird er von den Arlberger Seilbahnen. Er führt immer am Grad entlang und auf und ab über den gesamten Kamm der Weißschrufenspitze bis zum Gipfel, 2752 Meter, Gradzeichen N, Gradzeichen W, und ist durchgehend äußerst luftig und ausgesetzt. Wegen des Panoramablicks rundum ist die Route hochattraktiv und zur Saison viel besucht. Nach dem Gipfel ist noch der Abstieg über den Südgrad erforderlich. Der Steig gilt als schwierig, meistens B, einiges C, Stellen D, und durch die Länge von fast drei Kilometern auch als anstrengend, es gibt so gut wie keine längeren Gehpassagen. Beste Zeit, etwa von Juli bis September, gute Wetterbedingungen sind aber unbedingt erforderlich, Grad. Es gibt mehrere Notabstiege. Insgesamt ca. 4 bis 5 Stunden für den Klettersteig. Komplette Klettersteigausrüstung und Helm sind erforderlich. Für ungeübte empfiehlt sich zusätzlich ein Sicherungsseil. Der einfachste Zugang erfolgt aus St. Anton, 1284 Meter, und Auffahrt mit der Galzigbahn und Valugabahn bis zur Bergstation Valugegrat, 2646 Meter. Von hier aus noch ca. 30 Minuten nach Osten über das Mattenjoch, 2543 Meter, bis zum Einstieg, ca. 2600 Meter, Gradzeichen N, Gradzeichen W, bei Altschneefeldern ist äußerste Vorsicht geraten. Vom Ausstieg des Klettersteigs führt dann ein Weg zur Bergstation des Kappalsessellifts, ca. 30 Minuten, Betriebszeiten beachten. Info als PDF Skialpin in der Statistik werden die Skigebiete der Arlbergregion, 97 Lüfte, in St. Anton, St. Christoph, Tiroler Seite, und Lech, Zürs, vor Arlberger Seite, und Wardschröcken als Skiverbund gemeinsam geführt. Sie sind mit für Liftkartenbesitzer kostenlosen Skibussen im Tal untereinander verbunden. Es gilt ein gemeinsamer Skipass. Hinzu kommen noch rund 200 Kilometer unpräparierte Tiefschnappfahrten. Die Region ist eine der wichtigsten Wiegen des Alpinen-Skisports. In St. Christoph wurde 1901 im Arlberg-Hospiz der Skiclub Arlberg gegründet. 1904 findet in Zürs der erste Skikurs Österreichs statt. In Stuben wurde von Hannes Schneider ab 1920-21 in der Arlberg-Skischule, sie war die erste in Österreich, der Stemmbogen gelehrt. Ebenfalls in Zürs, 1937, und in Stuben entstanden auch mit die ersten Aufstiegshilfen, Skilifte. Das Hospizgebäude in St. Christoph wurde 1959 als erstes Skihotel in der Region gebaut und ist der Anfang der Luxushotellerie am Arlberg. Das Arlberg-Gebiet ist heute eine Skiregion der Superlativen. Der Skiverbund Arlberg besteht aus dem Tiroler Teilgebiet um St. Anton und im Vorarlberg dem Teilgebiet um Lech-Zürs. Für alle Gebiete gibt es einen einheitliche Skipass. Angeschlossen sind die Orte St. Anton am Arlberg, St. Christoph am Arlberg, Stuben am Arlberg, Zürs, Lech, Klösterle und Petneu. Helisking am Arlberg ist für Tiefschneffins von Zürs und Lech aus möglich. Es ist in Österreich die einzige Möglichkeit das vom Umweltschutz her umstrittene Vergnügen auszuüben. Die Skiregion ist allgemein nicht billig, auf der Vorarlberger Seite kostet es noch etwas mehr als in Tirol. Dafür gibt es aber für den, der es mag, sogar einen Luxus wie beheizte Liftsessel. Die Saison am Arlberg dauert, ja nach der Witterung und den Schneeverhältnissen, von Ende November bis Ende April. Der Preis für den Tagesskipasser wachsene lag in der Saison 2016 und 2017 bei 52 Euro, Hauptsaison. Seite der Arlberger Bergbahnen AG www.abbeck.com Lüfte und Seilbahnen im Skigebiet Detaillierte Liste Die Abkürzungen in der Spalte System sind unter Luftseilbahn erläutert. Klima Das Klima im Arlberggebiet ist entsprechend der Höhenlage extrem. Einige Teile der Region liegen im hochalpinen Bereich über 2000 Meter Höhe, die höchsten Berggipfel erreichen 2800 Meter Höhe, Valuga 2811 Meter. Der Arlberg ist eine ausgeprägte Wasser- und Klimascheide. Die atlantischen Teidruckgebiete haben von Nordwesten her fast ungehindert Zugang und prägen das Wetter der Region. Die Westwinde führen zu starken Niederschlägen mit bis zum dreifachen wie in den inneralpinen Tälern. Den Skifahrer freut es, die Winter sind allgemein schneereich mit bis zu 11 Metern Naturschnee. Der Hauptniederschlagsmonat ist der Januar, die Schlechtwettergebiete können sich dann aber auch schon mal recht hartnäckig über mehrere Tage festsetzen. Wegen der Höhenlage hält sich der Schnee dann auch recht lange bis in das Frühjahr hinein. Allerdings sind im Arlberggebiet in den Wintern der Jahre 2009, 2010 und 2010, 2011, sowie in den übrigen alpinen Skiregionen auch, deutlich geringere Schneemengen zu verzeichnen. Mav, Alpenverein, Wetterdienst Lawinenwarndienst für Österreich Karten für die Regionen um Wart, Lech und Lechtal, Klostertal, Arlberg und St. Anton, in der Version 3-2s mit Skitouren.